Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen Out of Map Glitch zeigen und wie man den Doktor auf der neuen Map, The Darkest Shore, killen kann. Und das ist wirklich ziemlich easy. Für das müsst ihr natürlich ein paar Türen aufkaufen, bis ihr nach hinten kommt zu der Lore, zum Pack-A-Patch-Raum. Aber ich habe da noch ein bisschen Zombies getötet und dachte, das ist so wie ein Vorspann, wo ich noch ein bisschen reden kann und alles. Und ja, ich wollte die Abonnenten noch ein bisschen ansprechen. Ich finde, letzter Zeit kamen nicht so viele Abonnenten dazu, obwohl ich immer wirklich aktiv bin auf diesem Kanal und auch gute Videos mache. Und ja, Leute, hier in dieser Ecke ist dieser Out of Map Glitch. Er ist wirklich easy. Ihr müsst diesen Stachelzaun, den äussersten Stachelzaun anvisieren und euch selber töten. Wenn ihr euch selber getötet habt, beamt ihr Out of Map. Ich habe ja vorhin auch ein Video gemacht, wie man in eine Zelle reinkommt. Das könnt ihr euch auch noch anschauen. Und ja, noch zum Dr. Straub. Wenn ihr da nach unten springt, nach einer Zeit spawnt dieser Doktor und dann könnt ihr ihn töten und dann habt ihr diesen Erfolg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und man hat sich im neuen Video wieder. Ciao!